Hey, ich bin's wieder, Ludwig, dein BodyVital Trainer. In diesem Video zeige ich dir Übungen auf der Backbank. Los geht's nach dem Intro. Sollte keine Backbank zur Verfügung stehen, nimm einfach einen Sessel. Los geht's! Die erste Übung. Gerade sitzen, Knie. Für die nächste Übung gehen wir vor. Die erste Übung. Die erste Übung. Okay, slow. Okay. 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 Come on, guys. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Für die nächste Übung greifen wir schon wie bald, gehen runter und runter. Was ich da? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Und vielleicht bist du noch an anderen Videos von mir interessiert, dann klick bitte auf diese Videos.